Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, wir sind heute im Deutschkurs A1 und zwar im Vorbereitungskurs auf die A1 Prüfung des Goethe Instituts, also das Zertifikat A1. So, wir lernen wichtigen Wortschatz zum Thema Essen und Trinken. Ich habe Ihnen hier eine Liste gemacht, das Getränk, die Getränke, Obst, Gemüse, Lebensmittel. Sie sollten diesen Wortschatz lernen und beherrschen. Bitte lernen Sie jedes Substantiv mit dem Artikel. Also R ist maskulin, E ist feminin und S ist neutral. Bitte lernen Sie jedes Substantiv von Anfang an mit dem richtigen Artikel und der Pluralform. Das ist die Basis der ganzen deutschen Grammatik. So, hier haben Sie den Wortschatz.